So, jetzt geht es hier um nachschüssige Renten. Das bedeutet, wir hier wieder unseren Pfeil haben, dass die erste Zahlung am Ende des ersten Jahres gezahlt wird. Also Ende des ersten Jahres ist die erste Zahlung fällig und bei nachschüssigen Renten, da gibt es ein paar andere Formeln, die gebe ich euch jetzt auch wieder. Hier gibt es diesen Renten-Endwert, der ist Rn, ist R mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Das ist der Renten-Endwert, der berechnet sich so. So, dann gibt es noch den sogenannten Bar-Wert wieder. R0 ist Rn mal 1 durch Q hoch N. Dann gibt es diese Rentendauer, die ist N ist gleich Ln von R durch R minus R0 mal Q minus 1 geteilt durch Ln von R. Das ist die Rentendauer, sozusagen. Und jetzt gibt es noch diese Rentenrate. Also was muss immer gezahlt werden? Die ist R0, also Bar-Wert mal Z-Faktor hoch N mal Q minus 1 durch Q hoch N minus 1. Und das Ganze eingegraubt. So, das sind diese Formeln für nachschüssige Rente. Also wenn ihr eine nachschüssige Rente habt, dann könnt ihr mit einer dieser Formeln, je nachdem was gefragt ist, berechnen. Die sozusagen auf euer Formelsammlungsblatt oder wo auch sonst immer drauf hinschreiben, dass ihr sie griffbereit habt. Also, ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.